So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute mit einer hoffentlich guten Tonqualität zusammen mit meinem Bruder in der Quarantäne. Hi! Wir haben nämlich beide jetzt ein kleines Upgrade durchgeführt in meiner Tontechnik. Sowohl für Vlogs, werdet ihr noch sehen, als auch für solche Videos, denn wir haben jeder ein Ansteckmikrofon und ich hoffe dadurch, dass das natürlich besser ist. Aber heute zum Video zu kommen, ich denke mal, ihr seht das schon, die Pflanze da drin ist nur Deko, ein ganz normales What's in the Box und jeder hat sich drei Sachen ausgesucht, die er in die jeweilige Box tut. Dann sitzt derjenige halt hier, vorher Augenbinde an, da wird der Monitor gedreht und dann geht das hier los und dann wird das halt enttastet. Der Niklas, unser Gast, fängt an mit den ersten drei und ich würde sagen, let's go! So, ich zeige es kurz in die Kamera und er fängt an. Auch ein bisschen komplizieren, ne? Hihi! Warum ist das so kalt? Glitchy! Was ist das? Das ist ein Kühlpack? Und ich würde sagen, wir machen das Ganze etwas schwerer und zwar hier mit. Ein bisschen kommentieren, ne? Was ist das? Hä? Ist das ein Lüfter irgendwie sowas? Babam! Echt? Ja, kannst reingucken. Und jetzt könnte es ein wenig eklig werden. Niklas? Näh! Es könnte leben. Wim? Es könnte leben. Okay. Drei, zwei, eins, los. Pass auf, es lebt. Du legst dich auf. Du legst dich auf. Nimm dein Maul. Finger rein. Nimm dein Maul. Finger rein. Guck rein. Finger rein. Waa! Was ist das? Äh? Ah, ist das ein Mikrofon. Ich dachte, der Herrfrau hat das Fell. Gut. So, jetzt bin ich dran. Ich bin absolut gespannt, was da drin ist. So, dann mach mal die Augen zu. Runter, ja? Runter. Dann fangen wir mal mit dem ersten hier an. Okay, das ist immer so ganz, also wenn man hinter der Kamera steht, ist das ganz anders, als wenn man hier vorsitzt. Ah, hier ein Löcher, ein Loch, ein Loch. Richtig! Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, hier das Zweite. Was ist das? Ich finde die LED so ein... Scheiße, ich dachte, das wäre so richtig unerfällig. So, Augen zu, genau. Also, es sind mehrere Sachen. So. I. Das könnte leben, aber... Büroklammer. Nein, Büroklammer nicht. Äh, nicht Büroklammer, sondern Wäscheklammer. Richtig, ja. Dann müssen wir jetzt noch eins machen. Ja, ich würde sagen, kurze Videopause. Bis gleich. So. So, ich habe jetzt die letzte Sache. Es geht nämlich um das, was da drin ist. Ich muss dir vorher was Kleines erklären. Du kannst deinen Kopf hoch machen. Es ist flüssig und befindet sich in einem Behälter. Es geht um das, was da drin ist. Pass auf, kipp es nicht um. Fass lieber ein bisschen höher an. Liefer und da ist es. Das Gefäß ist da. Und reinfassen. Reinfassen. Was ist das? Du machst Finger rein. Du darfst ihn nicht wegnehmen. Ist das Honig? Ja. So, Steven. Kannste Augen aufmachen. Was ist das? Aha. Bilder rum. Ja. Ich habe erst gedacht, so, was ist das? Ist das ein Display? Ist das mein Handy? Ja. Okay, ich würde sagen, aber das reicht jetzt erst mal. Wenn euch dieses Video hier gefeiert hat, lasst einen Daumen nach oben dann. Für mehr solcher Videos, Daumen nach oben. Sowas wird halt nicht absolut oft kommen. Das sind so ein paar Ausnahmen. Wir haben uns jetzt ein bisschen kreativ geschätzt. Nächste Woche kommt ein richtig geiles Video. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss. Ciao. Ciao.